Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, sich mit Menschen zu unterhalten, die andere Meinungen haben als sich selbst, weil es leider viel zu oft heute wieder vorkommt, dass wir in Schwarz und Weiß einfach nur denken. Und Bubblecrasher hilft dabei, Vorurteile abzubauen, die man gegenüber anderen hat. Warum wir Bubblecrasher uns bei Mitwirken beworben haben? Weil wir eure Filterblasen platzen lassen wollen. Lernt neue Leute und ihre Perspektiven kennen. Lasst die gesellschaftliche Spaltung hinter euch und diskutiert, so viel es geht. Aber natürlich respektvoll. Vielen Dank. Hungerhendo. ? Ja. Allesgurun.